Ich bin Ukri. Ich bin Ukri. Nein, du bist nicht Ukri, du bist Simlaki. Okay, Intro nochmal von neu Ukri, alles gut. Okay, Freunde, ich bin Ukri. Ich bin Simlaki. Und zusammen sind wir Simlaki. Let's go. Let's go, Freunde. Simlaki, was machen wir heute? Hm, ich weiß gar nicht. Lass uns einfach Minecraft durchspielen, Ukri. Okay, Freunde, also es bleibt eine Überraschung. Ich weiß echt nicht, was wir heute für eine Challenge machen. Anscheinend gibt es keine Challenge oder nicht, Simlaki? Hm, doch, es gibt immer die Challenge, Ukri. Wir müssen uns noch überraschen lassen. Okay, ich würde sagen, dann fahre mich direkt Holz. Machen wir eine Crafting Bench. So, zack, 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 let's go. Und wir platzieren die und wir werden... Ah, wow, Simlaki. Ukri, was hast du da gemacht? Es ist ein Bug, Ukri, es ist ein Bug, keine Sorge. Äh, wie, das ist ein Bug? Warte mal, ich baue die wieder ab. Alter, was soll das denn? Kann ich die überhaupt benutzen? Ja, ich kann die benutzen, perfekt. Ja, okay, dann benutze ich die einfach. Krass, das soll bitte sehr. Ja, okay, wir brauchen eine Holzspitzhacke. So, perfekt. Okay, und Anfangs-Loot ist auf jeden Fall schon mal ready. Ich baue die wieder ab. So, okay, und... Äh, was? Hä, was? Äh, Ukri! Ich halte! Ich habe 24 Werkbenke. Ich habe auch noch mal drei Stück. Äh, warte mal, Ukri. Kann es sein, dass wir die neue Challenge für heute herausgefunden haben? Oh, ja, ja, ja. Ich glaube, wir spielen Minecraft, aber Blöcke sind super, super groß. Hä, Ukri, ich habe eine Idee. Äh, schau mal, wenn Blöcke ultra groß sind, warum fahren wir dann Bäume? Schau mal, da könnten wir einfach einen Holzblock platzieren und den jetzt abbauen. Und pass auf. Wow! Let's go! Alter, wir haben so viel Holz. Okay, die Challenge ist echt OP. Oh, ja, damit werden wir easy Minecraft durchspielen. Stell dir vor, wir machen einen Diamantenblock, Alter. Und jeder Block ist heute groß, Freunde, in Minecraft. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir haben schon mal genug Holz. Und jetzt geht es an die Sache. Oh, der Eisengonum ist einfach schon... Ähm, der hat nicht mehr viel Leben, der Arme. Hm, ja, äh, Ukri, das ist ein perfekter Schotze, ihn zu können. Ah, Ukri, wir kriegen ihn. Weißt du, wie wir ihn kriegen können, so, Blucky, ganz ruhig. Warte, 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 komm mal. Wir können uns einfach hochbauen. Und zack. Ah, Ukri, okay. Let's go. Äh, pass mal auf. Ähm, vielleicht kriegt er uns doch. Äh, warte mal, Ukri. Nein, der kriegt uns nicht. Hm, meinst du, sind das drei Blöcke? Ja, schau mal, Alter. Unsere Blöcke sind einfach riesig. Der kommt hier nicht mal dran. Oh, wie krass das denn bitte sehr... Oh, er hat Eisen gedrofft. Warte mal, wir müssen uns unbedingt einen Eisenblock machen und den dann abbauen. Du hast recht, Ukri, aber davor brauche ich was zu essen. Also lass uns essen vor dem Kühl, kommt her. Kommt her. Okay, wir gehen gleich sofort in deine Höhle. Ist der Blucky abgemacht? Mhm, aber davor fahren wir Essen und noch Stein. Stimmt, wir brauchen Stein. Aber an Stein kommen wir auch ganz einfach. Schau. So, zack, zack, zack. Und platzieren. Hm, stimmt, Ukri. Oh, ganz vergessen, Alter. Wo bist du? Hast du es abgebaut? Wow, 27 Stück sind das immer. Bau noch einen hin und... Let's go! Let's go! Haha! Ey, damit können wir einfach richtig easy Blöcke multiplizieren, Ukri. Aber ich kann mir vorstellen, das wird auf jeden Fall richtig schwer später, wenn wir die ganze Zeit so Riesenblöcke haben oder nicht. Hm, du hast recht. Ey, ich habe eine Schmiede gefunden. Ähm, was ist denn der Kühl? Oh, Risch! Äh, Ukri, Ukri. Jackpot, Jackpot. Du weißt gar nicht. Du weißt gar nicht. Was? Okay, Ukri. Schau mal, ich platziere jetzt die Crafting-Badge, obwohl du hast schon eine platziert, die ist richtig riesig. Und schau mal, ich mir jetzt crafte. Ich sage es dir noch nicht. Weißt du was? Hm, äh, Spaß. Ich habe gar nichts gecraftet. Äh, wie? Warte mal. Da war ein Dreck drin. Nein, da war wirklich in der Kiste so ein Dreck drin. Dein Ernst im Lucky Kopfschulverrat ist. Ey, ey, du musst mir was abgeben. Was hast du bekommen? Hm, ey, Ukri. Ich sage doch. Ich habe gar nichts bekommen. Äh, wo ist der, Leute? Ah, da vorne ist der. Hä? Der hat sich einfach... Warte mal, hast du dir schon Eisenrüstung gemacht? Ja, die habe ich doch gefunden. Aber ich habe nicht mehr gefunden. Und so, ganz schnell. Und abbauen, abbauen, abbauen. Ey, Eisenbräcke. Oh, Alter, Ukri. Wir haben jetzt auf. Wir haben unendlich viel Eisen. Was? Ey, Ukri. Ach so. Oh nein, du hast es gemerkt. Ich habe auch Eisen. So, und ich baue das ab. Und jetzt bekomme ich noch mehr. Ja, let's go. Junge, Ukri, wir können sofort full Eisenrüstung machen. Und jetzt können wir daraus Eisen machen. So, zack. Alter, ging das schnell, Leute. So, wir platzieren unsere riesen Craftenbench. Und wir machen uns Eisenrüstung. Okay, ich glaube, das ist der perfekte Start, Junge. Wenn wir einmal einen Diamantenblock kriegen. Ey, Ukri, das wäre so OP. Simlucky, weißt du, was wir für einen Block brauchen, damit wir nicht mehr hungern müssen? Einen Weizenblock. Hm, Weizenblock? Oh, stimmt. Ey, wir sind passend da zu einem Villager-Dorf, Ukri. Hier gibt es immer Weizenblöcke. Oh, hier gibt es keine. Oh, ich habe einen gefunden. Ich habe einen gefunden, Ukri. Let's go, Alter. Wie OP. Wir haben jetzt genug Essen, gute Ausrüstung. Was brauchen wir noch, Simlucky? Hm, gar nichts mehr. Schau uns an. Wir können uns einfach richtig hochbauen. Warte mal. Ey, schau mal, wie. Ich bin in ein paar Sekunden einfach so hoch. Was? Ey, das ist voll nützlich für das End, Ukri. Oh, stimmt. Damit wir die Kristalle am Schluss zerstören können. Alter, ich baue mich hier gerade. Warte mal, wie komme ich wieder runter? Äh, Simlucky? Okay, das ist ein... Freunde, denkt ihr, ich kann dort runterspringen? Äh, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir hier zutrauen soll. Okay, Leute. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt alle ein Like da lässt und ein Abo innerhalb der nächsten drei Sekunden, Freunde, dann traue ich mich, dort runter zu springen. Hm? Äh, okay, okay. Ich bin gespannt. Ich glaube, du schaffst es nicht. Was? Ich schaff das nicht. Okay, Freunde. Drei, zwei, eins und... Was? So viel Likes und Abos. Okay, Freunde. Ich traue mich das. Und... Ah, ich schaffe es. Ah! Ukri, pass auf! Boah, Alter, das war so knapp, Junge. Wow, du hast es geschafft. Und, Ukri, nebenbei eine Sache, muss ich dir sagen. Äh, warum ist der Weizenblock so klein? Hm, das klappt einfach nicht. Ey, Mann, Ukri. Ich glaube, das wäre zu OP. Deswegen haben die es extra so gemacht. Oh, was? Oh, Mann, wie schade. Oh, ja, richtig, Schade. Ich gebe dir mal Weizenblock. Ich habe schon ganz viel Brot gegessen. Und, ähm, wir haben auf jeden Fall schon mal genügend Nahrung. Ah, okay. So, ich baue mir auch noch ein bisschen Brot. Perfekt. Oh, schau mal, hier vorne ist sogar Lava. So, Lucky, warte mal, ich nehme mal den Kohlblock mit. Äh, ich meine, ich könnte wieder einen Kohlblock craften oder nicht. Denkst du, das klappt? Äh, natürlich klappt das. Ey, Ukri, das ist voll stark. Dann können wir einfach unendlich viel schmelzen im Ofen. Oh, ja, aber was müssen wir eigentlich im Ofen schmelzen? Eigentlich gar nicht so viel, oder? Hm, ähm, ja, nur Essen eigentlich. Wow, zack, Alter, schon mal einen riesen Kohlblock. Und, wow. Äh, okay, ich mache mir noch ganz schnell Eisen-Equipment. Nämlich ganz kurz die Spitzhacke und eine Axt. Und jetzt, äh, da vorne ist Lava. Lass uns jetzt mal ein Nether-Portal, äh, nicht mal ein Nether-Portal machen. Okay, lass uns das machen. Warte mal. Oh, Diamant. Was? Ey, stimmt. Okay, ey, guck, wie viele das sind. Wir müssen einen Diamantenblock machen. Ah, oh, Mann, warte mal. So, zack, Diamanten abbauen. Oh, ist es in zwei Stück, oder? Zwei? Oh, ja. Äh, schade, nur zwei. Alter, das, äh, wie sollen wir eigentlich einen Nether machen, Simlaki? Hä? Äh, warte mal. Hä, wie soll das klappen? Ich weiß nicht. Warte mal, ich platziere mal das Wasser hier vorne und... Ah, ey, wie groß ist das? Oh, nein. Das Wasser ist genau so verpackt wie die Blöcke. Oh, nein, Ugri. Das heißt, wir müssen ein riesen Nether-Portal bauen. Stimmt. Wie soll, äh, wie soll das funktionieren? Ey, farm du erstmal Kies, damit wir ein Feuerzeug machen können. Und, Simlaki, ich schau mal nach, damit wir mehr Diamanten farmen, damit wir uns auch Obsidian abbauen können. Weil irgendwie können wir so sonst nicht an Obsidian kommen, Simlaki. Oh, stimmt. Du hast recht. Äh, wir könnten das mit einem Lava-Eimer und einem Lava- und mit einem Wassereimer machen, das Nether-Portal, Ugri. Wir brauchen keinen Diamanten. Nein, können wir nicht, weil das Wasser genauso riesig ist. Wie soll das funktionieren, Simlaki? Hm, stimmt. Oh, ja, du hast recht. Äh, woh, nein, Ugri, ey. Warte mal, was? Hast du Diamanten? Ich habe nicht Diamanten. Ich habe noch was viel Besseres bekommen. Du wirst mir nicht glauben. Was hast du bekommen, Simlaki? Alter, ich habe einen OP-Apfel bekommen. Einen OP-Apfel? Oh, ja, ganz genau. Aber warte mal, mit der Change könnten wir uns sowieso schnell einen OP-Apfel craften. Aber ich habe einfach einen aus, ähm, so einem... Du kannst keinen OP-Apfel craften, Simlaki. Hm, wieso nicht? Das geht gar nicht, Minecraft. Ach, das geht ja gar nicht mehr. Das ging früher, oh, ganz vergessen. Das ging vielleicht vor fünf Jahren oder so. Aber jetzt sehe ich mal in der neuen Version. Ey, du weißt doch ganz genau, ich bin auch ein G, Alter. Ey, aber ich habe das einfach hier bei so einer Kiste gefunden. Ja, das ist richtig krass, Alter. Du hast richtig Glück. Aber weißt du was, Simlaki? Ich hole mir jetzt Gold, damit wir Goldblöcke machen können. Und dann können wir uns Gold-Apfel machen. Oh, ja, let's go. Oh, Mann, Simlaki, hast du endlich mal... Ich habe Diamanten gefunden. Was? 1, 2, äh, bei mir ist nur ein... Oh, ich habe auch einen Diamanten. Wow, let's go, Alter. Wir hatten voll Glück gerade. Ich habe sechs, äh, nee, ich habe fünf Stück, Simlaki. Was? Fünf Stück sogar? Ah, okay. Ähm, ich habe, äh, vier Stück. Am frischen ist das noch mehr. Das sind insgesamt neun. Das sind insgesamt neun. Das heißt, wir könnten uns jetzt einen Diamantenblock machen. Was? Ey, Alter, Ugri, das müssen wir sofort machen. Das müssen wir sofort machen. Wir haben unendlich viele Diamanten. Simlaki! Let's go, ich droppe dir die Diamanten hier. Perfekt. Und jetzt machen wir uns einen Diamantenblock. Warte mal, hier ein Schild sogar für dich. Mhm, danke, Ugri. Ich schmeiß mal unnötige Sachen weg. Oh, Alter, schau mal, die Crafty Bench passt hier gar nicht rein. So, und jetzt können wir einen Diamantenblock machen. Let's go. Simlaki? Bist du ready? Ich bin so was schon ready. Warte mal, wir müssen ein bisschen platzen. Weil hier ist überhaupt kein Platz für die Diamantenblöcke. Hm, okay, platzieren einen Diamantenblock, Ugri. Ah, wow. Okay, jetzt abbauen. Abbauen. Let's go, let's go. Okay, okay. Und dasselbe Spiel von vorn. Let's go. Dasselbe Spiel von vorn, Leute. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt komplette Diamantenrüstung. Alter, das ist so OP, ne? Das ist komplett krass, Ugri, Alter. So werden wir Minecraft so easy durchspielen. Das weißt du ganz genau. Oh, ja, wir haben sogar schon Diamantenrüstung, Freunde. Da müssen wir nur noch ins Nether-Pallon besiegen. Und dann schaffen wir das. Oh, ja, aber der Enderdrache wird auch noch schwierig. Den darfst du nicht unterschätzen, Ugri. Okay, Simlaki, lass uns hier vorne Obsidian abbauen. Und dann werden wir mit dem Obsidian nach oben gehen. Weil ich glaube, hier ist nicht genug Platz für ein Nether-Portal. Okay, lass uns das machen. Okay, Simlaki, bist du ready? Oh, ja, ich habe zehn Obsidian, Ugri. Wir müssen jetzt irgendwie ein riesiges Nether-Portal bauen. Okay, ich fange mal an. Ah, was machst du, Simlaki? Äh, ja, sieht doch gut aus, Ugri. Jetzt hier noch ein, zack. Ich packe mich immer rein und hier noch ein. Äh, okay, warte mal. Wie viele Blöcke sind das? Eins, zwei, drei, vier? Sind das nicht ein bisschen zu viele? Hm, nein, Ugri, das passt perfekt. Aber wir hätten ja auch Stein platzieren können anstatt Obsidian. Okay, Simlaki, lass uns hier weiter, Mann. So, zack. Okay. Ah, Ugri, dachte. Mann, du hast ungerade platziert. Was hast du gemacht? Äh, vielleicht funktioniert das ja trotzdem. Äh, nein, ich baue einen Obsidian-Block lieber ab. Du musst immer in der Mitte platzieren. Äh, der ist auch ungerade. Oh, nein. Und jetzt stellen wir das Nether-Portal an Ugri und bist du gespannt? Alter, das wird gleich richtig dick. Äh, ich weiß nicht. Funktioniert das überhaupt? Probier es mal aus, Ugri. Und let's go. Hahaha, ein riesen Nether-Portal, ein riesen Nether-Portal. Let's go. Oh, ja, schaut mal, wie groß das ist. Okay, Ugri, sowas habe ich noch nie gesehen. Lass uns reingehen. Warte mal, ich hole mir doch, äh, Goldblöcke. Hm, Goldblöcke. Okay, Ugri, ich gehe schon mal rein. Okay, Leute, wir haben genug Gold. Und falls wir Goldrissung bauen, dann machen wir die. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Nether. Wow, ins Riesen-Nether. Ah, ist der noch kein Geld? Let's go, ich kann mit. Äh, ich bin jetzt auch gleich im Nether. Hm? Ey, das Nether-Portal hier vorne ist ganz normal. Hm? Äh, wirklich, das ist wirklich normal. Ey, Ugri, es ist Bug. Okay, ich würde sagen, wir suchen direkt eine Nether-Festung, oder nicht? Oh, ja, tun wir, Ugri. Und hier sind ganz viele Magma-Blöcke. Wo bist du? Ey, du baust dich einfach mit Diamanten hoch. Ich mach fast, Bitchin. Haha. Was? Als wenn? Oh, krass, wie krass. Okay, Freunde, warte mal. Können wir hier richtig schnell büden? Und wow. Ah. Ah. Okay, warte mal. Ich probier mal Gold, Bitch. Und zack. Let's go. Ugri, was machst du da? Ey, ey, pass auf, wenn du hier runterfällst, Ugri. Ich steh fest. Ich steh fest. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Simlucky, hör dir nicht. Ey, ey, ey. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich baue dich ab. Ich baue dich ab. Ich baue dich ab. Alles gut. Komm schon. Okay, ich bin befreit. Perfekt, Alter. Danke, Simlucky. Wir müssen echt aufpassen, was die Blöcke angeht, Ugri. Lass uns eine Nether-Festung finden. Okay, wir haben hier alles irgendwie vollkommen zu aufge... Junge, was ist das? Simlucky, pass doch auf, Alter. Du sagst, du musst aufpassen. So was. Ah, und ich stecke Block fest, Alter. Okay, das war echt knapp. Oh, Mann. Okay, da sind ganz viele Blazes. Baue dich lieber nicht mit Obsidian-Blocks. Äh, okay, warte mal. Ich baue mich hier mit Holzblöcken und... Zack, let's go. Okay, ich muss echt aufpassen, wenn du mich als Runner attackiert. Ey, wir müssen irgendwie hier überleben. Okay, ich versuche gerade in die Nether-Festung reinzukommen, damit ich die ganzen Blazes erledigen kann. Für die Enderaugen, die wir brauchen. Und drauf da. Ah, oh nein. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich muss aufpassen. Okay, essen, essen, essen. Alles gut. Okay, das sind zu viele. Okay, okay, hier sind so viele Blazes, Okri. Das sind zu viele. Rennen da lieber weg. Äh, nee, nee, alles gut. Ich werde schon nicht geschlagen. So, warte mal. Ich muss die irgendwie kriegen, Alter. Sicher? Ich kriege die ganzen Blazes. Ah, oh nein. Hier sind richtig viele. Warte mal, ich glaube, ich kriege die jetzt alle. Okay, das war knapp. Oh nein, ich brenne schon wieder. Okay, das ist echt schwer, Freunde. Aber ich schaffe das. Vertraut mir. Let's go. Ich habe schon zwei Blazerots, Okri. Oh, let's go. Okay, warte mal. Ich versuche die dort vorne zu kriegen. Aber die rennt die ganze Zeit weg. Das nervt richtig krass. Folgen. Okay, hier sind Blazes. Komm, schau mal, wir kriegen die. Wir haben, glaube ich, schon genügend. Ja, das sind die letzten. Zack, perfekt. Ich habe sieben Stück jetzt, Samlaki. Ich habe sogar acht Stück. Oh, oh, das reicht auf jeden Fall. Okay, wir brauchen jetzt nur noch Enderaugen. Also Enderperlen. Oh ja, du hast recht, Alter. Wir schaffen das sowas von. Samlaki, schau mal nach oben. Ist das Enderbände? Dann kriege ich die. Und zack, hoch da. Let's go. Hä? Wow. Wie schnell bist du, Okri? Wow, ich bin schon hier. Warte mal, ich hole mir den ganz oben. So, zack, hoch und... Oh, ich bin schon bei ihm, Samlaki. Hä, ich komme auch. Zack, let's go. Äh, Okri, ich stecke fest. Wie du steckst fest. Ich hole mir den. Zack, komm her, Mann. Der hat keine Chance. Let's go. Wir kriegen die alle. Wir brauchen Enderperlen. Let's go. Egal, dann voll ist noch einer. Aber hier sind bestimmt mehr. Was? Ehrlich? Ey, ich glaube, hier sind richtig viele, Okri. Ja, ja, ja. Hier sind echt viele. So, und warte mal. Erster Hit mit der Axt. So, und zack. Let's go. Komm her, Enderman. Hä, trau dich doch. Und zack. Oh, ne, warte. Und zack. Hey, wo reibst du hin? Zack, let's go. Okay, ich habe elf Stück. Das heißt, wir haben insgesamt zwölf. Das müsste eigentlich reichen. Aber das ist ein bisschen risikohaft, Samlaki. Äh, ja, das ist es. Also, erledigen noch ein paar. Ich sehe sogar noch einen. Aber den kann ich nicht attackieren. Ich habe ein halbes Herzungreiß. Das ist ganz, ganz schwierig für mich. Äh, ich würde sagen, lass uns lieber einfach wieder rausgehen. Zwölf Stück müssten reichen. Okay, so machen wir das schnell hier weg. So, ich habe zehn Fleisch. Und das können wir jetzt braten. Perfekt. Und ich mache mir sofort, Samlaki, meine Änderaugen. Deine Änderaugen? Nebenbei, Uri. Warte mal, ich baue mich mal zu dir. Wie viel Gold hast du? Ähm, ich habe genug Gold. Äh, genug? Lass uns Goldblöcke machen. Ich habe genug Gold. Ich habe doch schon Goldblöcke gemacht, Samlaki. Hä, was? Dann gib mal her, Uri. Weißt du, was ich habe? Hast du Äpfel? Ja, zwei Stück. Einen habe ich gegessen, weil ich Hunger hatte. Oh, Freunde, warte mal. Wir farben ganz schnell Äpfel. Denn dann können wir Goldäpfel machen. Ja, gib mir trotzdem das Gold. Gib mir das Gold jetzt, Uri. Dann gib mir das Gold. Okay, hier kriegst du Gold. Okay, perfekt. Und jetzt kann ich mir einfach Goldäpfel machen. Jetzt muss ich nie wieder mal hungern. So, Freunde. Ich würde sagen, ich nehme das Fleisch hier noch mit. Schnell, schnell, schnell. Und dann, Samlaki, lass uns ins Enderportal. In welche Richtung geht es? Oh, wo ist es hin? Samlaki. Ah, da lang, oder? Okay, ja, perfekt. Uri, hier ein Goldäpfel für dich und einen für mich. Perfekt. Danke, Samlaki. So. So, so. Wo ist das Enderauge hin? Oh nein, ich habe es verloren, Samlaki. Was? Okay, das ist gar nicht gut. Okay, warte mal. Ich werfe mal nochmal eins und... Ach so, in die Richtung. Okay, warte mal. Ich finde das gleich wieder. Okay, ich glaube, das Enderportal müsste irgendwo hier unten sein. Ja, das kann sein. Warte mal. Und? Ja, perfekt ist hier unten. Lol. Okay, lass uns sofort runter bauen, Uri. Oh ja, let's go, Freunde. Oh, Samlaki, warte mal. Ich glaube, ich bin gut dabei. Ey. Ich habe die Perle. Die Skedetten und das Zombie attackiert mich. Hey, du hast es gefunden. Wow, wie krass. Ey, warum? Ich habe die freigelassen und die wollen mich jetzt killen. Ey, wie unfair. Ist doch egal. Komm, wir gehen jetzt ins Enderportal. Okay, wie viele Enderperlen haben wir hier? Zwei Stück. Warte mal, Uri, wie viele hast du? Ich habe acht Stück, Samlaki. Acht Stück? Warte mal. Ich habe auch zwei Stück, Uri. Komm, hier, nimm die eine. Und die andere muss ich noch craften. Okay, perfekt. Warte mal, reicht das überhaupt? Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Neun. Hey, das reicht schon. Das reicht perfekt. Okay, wir haben es geschafft, Alter. Okay, Samlaki, ich würde sagen, lass uns dort rein. Du bist als erstes. Let's go. Komm, ich muss nicht rein. Nein, nein. Du bist als erstes. Ey, okay, komm, Eamon. Nein, nein, nein. Ich komme nicht rein. Okay, ich habe jetzt. Let's go. Bam. Okay, Samlaki, wir sind im Enderportal. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Wir können jetzt den Enderportal besiegen. Okay, pass auf. Schau die Endermads auf keinen Fall an, sonst werden die aggressiv. Ah, alles hat passiert geworden. Okay, aufpassen, aufpassen, aufpassen. So, 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 schmeiß sie nicht runter. Alter, der kann sich hier hinten teleportieren. Ah, der lässt ja schon wieder. Warum schaust sie noch an? Weißt du was? Ich teleportiere mich einfach rüber. Zack. Halt mich schnell, sagst du. Samlaki, weißt du was? Ich bin gleich oben. Oh, ich zerstöre die ganzen Kristalle vor dir. Oh, stimmt. Wir brauchen gar keinen Bogen. Und wo ist der? Da ist der Enderdrach. Okay, wir müssen schnell da oben bauen. Oh, ja. Ich bin doch schon oben. Okay, das heißt, ich tippe mich jetzt hin und zerstöre der ersten Cube. Let's go. Okay, Samlaki, ich hole den letzten. Und? Alter. Uki, du weißt nicht, was gerade passiert ist. Alter, wenn man das sieht. Wow, war das knapp. Ich habe mich noch gesaved mit der Enderdrappe. Ja, hast du es bekommen? Äh, ja. Ich habe das letzte Stück bekommen. Jetzt lass uns den Enderdrappen besiegen, endlich. Oh, ja. Das machen wir, Uki. Du hast ja ganz viele Betten. Weißt du was? Der ist in der Mitte. Ich platziere sofort ein Bett. Oh, komm schon, komm schon. Let's go. Oh, nein, Uki. Ich glaube, die Betten sind auch richtig groß. Äh, nein. Niemals, oder? Ich glaube, wir haben eins platziert. Die sind nicht super groß. Wir müssen halt warten, bis der Enderdrappe unten ist, Samlaki. Oh, ja. Da hast du recht. Aber wir müssen auch das Bett perfekt platzieren. Das ist voll schwierig mit den Diamantenblöcken, weil die so groß sind. Okay, Samlaki. Wir müssen irgendwie den Enderdrappen besiegen. Aber wir haben keinen feinen Bogen. Ich würde sagen, wir platzieren hier einfach ganz viele Betten und... Und... Ah, warte mal. Uki. Sprechst du in die Luft? Ich kann nicht. Der boost mich nicht aus. Ich bin weg. Uki, ich habe eine Idee. Ich kenne jetzt alle Endermans, damit ich Enderperlen kriege. Sonst gehe ich drauf, wenn der mich nach oben boostet. Oh, ja. Ich habe auch zwei Enderperlen gerade von den Endermans bekommen. Okay, Freunde. Wir platzieren hier die Betten. Und gleich kann der Wasser leben, der Enderdrache. Oh, der hat schon richtig viel Schaden bekommen. Was? Ehrlich? Okay, lassen Sie ihn gleich kriegen. Okay, Freunde. Wir müssen nur warten, bis der runterkommt. Oh, ja. Ich habe schon einmal ein Bett platziert. Komm, ich kriege ein Enderman auch noch. Jetzt habe ich drei Enderperlen. Wenn der mich einmal nach oben boostet, kann ich mich saven. Let's go, nächstes Enderman. Zack, meine Enderperlen. Oh, Mann. Sie bleibt hier. Er kommt runter. Okay, wir können die Betten in die Luft sprengen. Okay, aufgepasst, aufgepasst. Und? Und? Ah, ist das gemacht? Oh, nein. Ja, wer hat Erd-Damage bekommen? Er hat Damage bekommen. Let's go. Ah, der Enderperlen ist in der Mitte, Sam Lucky. Let's. Was? Oh, Spray. Ah, was machst du? Enderperlen, Enderperlen, Enderperlen. Ich habe es geschafft. Hat der Schaden bekommen? Das war knapp, okay. Hey, Sam Lucky, wir müssen weiter drauf da. Oh, ja, komm schon. Ah, hab ich hier boostet. Wow. Ich habe überlebt, habe überlebt. Okay, sehr gut. Komm schon. Okay, ich mache richtig viel Damage im Enderperlen. Komm schon. Okay, komm, wir kriegen den gleich. Ich mache so viel Damage. Oh, nein. Der schubst uns weg. Okay, warte mal. Ich hole mir wieder eine Enderperle, bevor ich noch draufgehe. Ich spruch dein komisches Lina-Zeug, Junge. Komm her. Warte mal, ich schwemme mich wieder hin. Oh, ich mache ihm Damage, okay. Okay, ich hole eine Enderperle. Komm schon. Zack. Okay, er ist wieder weg. Okay, aber ich habe mir richtig viel Damage gemacht. Ich glaube, gleich können wir ihn kriegen. Oh, der ist so low, was? Ey, Sam Lucky, soll ich ausprobieren, mich mit einer Enderperle auf seinen Kopf zu teleportieren und ihn dann zu zerstören? Nein, okay, das machst du nicht, weil du hast nichts zum Saven dabei. Ähm, warte mal. Ich hole mir einfach eine zweite Enderperle. Zack, zack. Was? Okay, ich würde es nicht machen, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich habe hier ein Bett platziert und wenn er noch einmal in die Mitte kommt, dann kann er sein blaues Wunder erleben. Komm schon her, unser Drache. Oh ja, er hat keine Chance gegen uns, Sam Lucky. Oh ja, komm schon her, Mann. Weißt du was, ich baue mich jetzt hoch, Alter. Komm her, Mann. Ich werde dich kriegen. Wow. Wie hoch habe ich mich gerade gebaut? Äh, Sam Lucky, wie schnell warst du denn bitte sehr? Hm, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, der Enderdrach kommt gleich wieder in die Mitte, oder? Okay, das letzte Bett wird jetzt platziert vor mir. Okay, okay. Äh, warte mal, wo ist der? Kann es sein, dass er mich attackieren will? Äh, keine Ahnung, aber... Oh, der hat hier irgendwelche Lieder. Oh, der kommt in die Mitte, okay. Okay, ich explodiere die Betten auf drei, zwei, drei, zwei, drei, und... Und zertlich, 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 zertlich. Er ist auch nicht so bald. Okay, wir müssen besiegen, kurz an. Und, und, let's go. Alter, ich bin doch fast lang zu mir. Okay, komm schon. Freunde, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ich bin Okri. Ich bin Okri. Nein, du bist der Blackie. Ich bin sehr Blackie. Und zusammen sind wir sehr im Okri, Freunde. Und ich würde sagen, falls euch das gefallen hat, lasst ein Like da, Abo und aktiviert die Glocke. Das ist ganz, ganz wichtig. Aktiviert die Glocke. Kauft euch gerne mit, falls ihr genug Geld habt. Und, Leute, ich würde sagen, drückt auf die nächste Folge. Schnell, schnell, schnell.